Hallo und willkommen alle zusammen, Joe hier. Endlich ist es soweit, Outlast ist erschienen. Und ich fürchte mich fürchterlich, fürchte mich fürchterlich, sehr schön. Okay, ich habe die Option schon bearbeitet. Bloß kann man leider keine Audiosachen einstellen, also ich kann die Musik und so nicht leiser machen. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig oder zu laut, zu leise. Werden wir sehen. Also, fangen wir an. Uh, Outlast enthält Schwergewalt, Blut, sexuelle Inhalte. Uh, hallo, oh mein. Okay, wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshore, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, die um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, und hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen des, der Nervenheilanstalt, Nervenheilanstalt, äh, Mount Massive aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt, Nervenheilanstalt, Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Hm. Zu sterben ist ja keine allzu gute Option. Okay. Dann, okay, geht los. What? What? Oh. Oh. Und da verlässt uns unser Radio. Sehr schön. Jemand da im Wachhäuschen? Hallo? Nein? Okay. Mhm. 17. September 2013. Von bla 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 an bla bla bla. Tipp, illegale Aktivitäten bei Merkhoff Psychiatry Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Monate, Monate, wochenlang als Softwareberater für die Einrichtung von Merkhoff Psychiatry Systems in Mount Massiv tätig. Ich breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen, alles klar. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Okay. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Merkhoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Klingt wie etwas, womit man zur Polizei geht. Nicht zu Rudi, dem rasenden Reporter. Das ist unsere freundliche Kamera für den Tag. Unser Presseausweis. Also steigen wir los. Ah, das geht mir gut an. Ah, da ist es. Okay. Ach, das bin ich. Ich habe meinen Körper. Einen wunderschönen Körper. Äh, N. Okay, wir haben keine Notizen. Dokumente. Das ist von eben. Ja, okay. Also, es gibt kein Zurück. Wie immer. Wie immer. Computer. Okay. Oh. Vögel. Und Gewitter in der Ferne. Schön. Drücke die linke Maustaste. Halte die linke Maustaste. Okay, also. Oh. Oh. Okay. Ah, okay. Oh. Hallo. Rudi. Der rasende Reporter hier. Dammit. Okay, was haben wir für eine Notiz? Nerven... Nerven... Pff. Nervenheilein-Statt. Kannst nicht sagen. Zumindest nicht auf Anhieb. Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheil entstandelt. Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric System unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Oh-oh. Oh-oh. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterische Profite als Wohltätigkeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Ich kann eben seine Handschriften nicht hundertprozentig lesen. Okay. Was sind das denn für Autos? Was war denn das? Könnte der Störsender sein oder so. Das sind sehr militärische Autos. Und mal auf Film festhalten. Okay. Das kostet keine Batterie, wenn ich das so anhabe, ne? Mount Messer für seinen. Ja, so. Gucken wir mal. Hallo? Ja, okay. Pizza? Nein? Okay. Hallo? 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 Äh, Rennen? Ah, Rennen. Gucken wir mal. Wie wir anders uns reinmogeln können. Das ist zu. Das ist auch zu. Ah, toll. Andere Seite. Da geht was Seltsames vor. Ja, ja. Das sehe ich schon. Ah, guck ihr da. Festhalten auf Film. Ah, hallo. Okay. Uh, schön. Das ist immer schön, sowas. Okay, wir sind drin. Sozusagen. Schnell mal an, wir gehen hier zum Fenster rein. Aber der Show willen probier ich die Tür aus. Okay. Zu. Was hab ich gesagt? Ja. Ja. Jo. Da geht's rein. Ob das jetzt eine gute Sache oder eine schlechte ist, wird's das herausstellen. Das war eine sehr laute Leiter. Motion blur. Uah. Ha. Okay. Hoch. Ah, nochmal. Okay. Okay. Sieht sehr groß hier alles aus. Okay, bevor wir reinhüpfen, ein kleiner Schnitt. Okay.